Ich und mein Bruder, ich und Uriel, haben verbracht den ganzen Sommer in Jemisch. Eigentlich waren die Farben sehr klein, zehn Hektar. Es ist von einer Seite, sie werden auch umgezahmt mit Aploid, gehen von einer Seite auf ein Diameter. Zur zweiten ist mein Stimme zwischen fünf und zehn Minuten. Für ein Kind drei Minuten. Aber ja, die Boba der Riecher hat die russische Ideologie von Tolstoi als Sache von dem Angehäuben. Also Landwirtschaft ist die wichtigste Sache, was ein Mensch kann tun. Und andere Sachen, was stammen von Herakultur, seien Niederrücken. Die Boba hat etwas sich gehalten von dem. Die Boba hat nicht gearbeitet, hat sie beschlossen zu kaufen dem Stück Erde und kultivieren das. Sie hat alleine auch gepufft. Leichte Arbeit hat sie alleine getan. Ich meine es, das haben sie gekauft in 1933. Sie war in der jüngeren Fünfziger. Sie hat sie noch gekannt als Sachearbeit allein getan und sie hat gedungen die Päuerin. Und ja, und Pomidoren hat sie sein gewinnt, Kreuzes gewinnt, Fasoles, Arbes, Rediskes. Verschiedene Sachen, was man kennt. Ja, viele Kartoffeln. Und das hat gehört ein paar Meilen vom allgemeinen Standpunkt. Erstens die Tolstoische Ideologie. Zweitens, Sumer könnte meine Sprache dort sein auf Datsche. Und man darf nicht denken Datsche in anderer Erde. Und drittens, der Säde, das Gehen auch um der Stadt ist im Urgewehr schwer. Hier haben sie gekäufte Troschke, private Troschke. Und die Troschke pflegt den Firmen in der Stadt in der Früh. Und auch rumführen ihm über eine Stadt, wo er darf sein, und ihn gebracht daheim. Das ist gewann der Gedanke von Niemisch. Niemisch ist das Ort gewann. Das ist gewann der Gedanke von Niemisch. Aber mit dem, wie es Lemisch ist das Ort gewann. Die Entstehung ist das Ort gewann. Und wir kommen den T Hadeln. Und wieder von Hütschö, das von Hütschö. Das war es doch nach. Und das war es auch immer. Einigen Störer.